einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die sims 4 die harry potter legacy challenge so langsam gehen alle ins bettchen nach und nach auch der muss ins bett auch wenn er mal zeit aufsteht aber er muss ins bett so chefchen geht er nicht aufs sofa schlafen hallo ins bett wenn du schon schlafen muss die kommt auch gleich ins bett die tut es dann noch wegwerfen wir duschen und schlafen ich dachte du gehst ins bett na dann gehst du bitte erst mal auf klo und dann tust du noch ein stück kuchen ein stück kuchen essen und dann gehst du schlafen so ist immer noch nicht fertig ne kann ja wohl nicht wahr sein so so na dann spüren wir mal ein bisschen So, dass es immer schneller geht. Alle im Bett. Oh, endlich. Ruhe in der Bude. So. Kleine, stelle das Astus auf. Duschen. Zähne polieren. 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 Einfach rein gespuckt. Du kannst eigentlich ... Achso, das kannst du machen. So, dann spulen wir mal ein bisschen. So, Papa ist munter. Mama ist auch munter. Dann mach dem Mutti ein Frühstück. Frühstück servieren. Heute gibt's ... Ups, Salat. Der Herrgevater ... Nein, du gehst bitte auf Klo, gehst duschen und tust Zähne putzen. Unerwünschtes Geschenk. Ah ja. Oh ... 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 wieder ein Leder. Du brauchst Spaß. Du kannst hier mit Puppen spielen. So, Papa. Kannst du gleich hier schimpfen. So, wir sind streng. Dann kannst du hier aufräumen, bitte. So, und dann muss ich mal kurz horchen. Okay. Cool. Blätter Spüler. Cool. 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 Ja. So, dann kannst du das gleich veröffentlichen. Und dann diese kleinen Neunsammel-Protektion. Müssen wir ein bisschen jetzt hier Vorbereitungen treffen. So, dann kannst du das gleiche. So, dann kannst du das gleiche. Was honoriert das? So, dann kannst du das gleiche. Das ist tatsächlich für thrLYfe. Oh, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ist das niedlich? 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 Na ja! So. Ja, möchte ich bitte. So, Mutti hat wieder Geld gemacht. Dann kann sie mal hier endlich ihr Buch zu Ende schreiben, damit wir damit auch mal weiterkommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ihr Lieben, ist die Zeit schon wieder rum. Und ich wünsche euch noch, ich rede jetzt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von The Sims 4, die Harry Potter Legacy Challenge. Und ich denke mal, dann kommt der Weihnachtsmann. Bis dahin. Ciao. Ciao.